Hallo und herzlich willkommen auf gutscheinrausch.de. Wir stellen euch heute die mobile Anwendung von das Naschwerk vor. Ich denke, die Internetseite werden schon einige von euch kennen. Es ist eine Konditorei und ein Café und zudem gibt es eben diesen Online-Shop, wo man zum Beispiel gebrannte Mandeln und auch vieles mehr bestellen kann. Wir zeigen euch heute einfach mal die Anwendung. Der erste Bereich ist ein Nachrichtenbereich. Hier gibt es allerlei Informationen hier dazu mit Bildern und vielem, vielem mehr. Das ist halt das, was das Unternehmen aktuell so postet und verbreitet. Der zweite Tab ist aber viel interessanter, denn das ist der Online-Shop und hier kann man gleich auf die verschiedenen Kategorien zurückgreifen, wie hier Tegebäck, Kaffee, Gutscheine gibt es und auch gebrannte Mandeln, wie wir eingangs schon erwähnt haben. Natürlich kann man sich die einzelnen Produktseiten hier ganz genau ansehen. Klickt man einfach drauf und schon findet man sie hier. Man kann auch eine Menge auswählen hier, zum Beispiel fünf Stück und dann ab damit in den Warenkorb. Natürlich ist es auch einfach möglich, hier in den Warenkorb zu klicken und die Bestellung dann hier nach und nach unterwegs auszuführen. Wir haben hier jetzt zum Beispiel fünf für drei Euro, die kosten 15 Euro und die Bestellung kann dann hier jetzt auch ganz einfach abgeschlossen werden. Es ist natürlich auch möglich, noch weitere Dinge hinzuzufügen. In der Mitte gibt es dann noch die Bilder, die von das Naschwerk gepostet werden, von das Naschwerk, also so ähnlich wie die Nachrichten auf der ersten Seite, nur dass es hier rein die Bildergalerien gibt. Danach ist noch ein Tippspiel mit dabei. Dort kann man übrigens auch etwas gewinnen. Und im Bereich mehr gibt es noch Einstellungen über uns und über diese App. Uns persönlich gefällt die Anwendung sehr gut, besonders der Bereich mit dem Shop hier ist sehr gelungen. Umfasst hier ein mobiles Design, man kann also auch von unterwegs auf die Produktseiten zurückgreifen, sie bequem in den Warenkorb legen, die Bestellung ausführen. Und das klappt hier alles in der Anwendung ziemlich gut. Das soll es aber nun schon wieder von uns gewesen sein. Wir wünschen euch nun viel Spaß mit der Anwendung und bis zum nächsten Mal. Ciao.